Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Gerade bei Bitcoin und Kryptowährungen spielt die Psychologie eine riesige Rolle. Der Marktwert spiegelt nicht immer den wirklichen Wert, sondern es geht darum, was in unseren Köpfen stattfindet. Als Bitcoin 64.000 US-Dollar erreichte, hat die große Masse Bitcoin gekauft, aber als der Preis auf 33.000 US-Dollar gefallen ist, wie etwa auch jetzt, kaufen nur sehr wenige schlaue Menschen. Auch als Bitcoin bei 38.000 US-Dollar im Jahr 2021 war, haben alle gekauft. Wo Bitcoin auch bei 38.000 US-Dollar ein Jahr später, 2022 war, hatten wieder alle Angst. In diesem Video lernst du, wie du damit umgehst, um professioneller und seriöser Anleger zu werden und ob deine eigene Angst berechtigt ist oder nicht. Heute zeigen wir dir viele Behauptungen über den Kryptomarkt und ob sie wahr oder falsch sind. Mit diesen neuen Denkweisen, die wir dir zeigen, wirst du dir einen Vorsprung vor allen am Markt sichern. Also, pass gut auf. Auch heute möchten wir dich um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Beantworte dazu folgende Frage. Welches ist dein Lieblingsgerücht über Kryptowährungen? Teil deine Meinung mit der Community und tausch dich mit gleichgesinnten Kryptofans aus. Viele haben uns gefragt, worum es bei unserem Workshop die Millionärsstrategie geht. Es geht um die fundamentale Analyse von Kryptowährungen. Du lernst darin, wie du selbst Kryptowährungen bewertest mit dem einmaligen Vier-Quadranten-Modell. So kannst du in Zukunft selbst entscheiden, ob eine neue Kryptowährung riesiges Potenzial hat und du darin einsteigen sollst oder ob es besser ist, die Finger davon zu lassen. Mit diesem Workshop bekommst du ein Tool, mit dem auch Kryptomillionäre arbeiten. Wir haben jetzt exklusiv eine 30%-Aktion auf die letzten zwei Plätze. Steig jetzt ein und werde dein eigener Profi, damit du vor allen anderen in die richtigen Kryptowährungen investierst. Sichere dir deinen Platz mit dem Link unten oder direkt auf www.täglichbitcoinkrypto.com Worauf wartest du? Wann wird es gefährlich? Während diese Frage nicht immer einfach zu beantworten ist, ist umso einfacher zu erkennen, welche Nachrichtenmeldungen absoluter Unsinn sind. Ein gutes Beispiel, das aufzeigt, wie häufig Medien bereits mit ihren Prognosen falsch gelegen sind, ist der Todeszähler von Bitcoin. Eine Webseite hat es sich hierbei zur Aufgabe gemacht, mitzuzählen, wie oft Bitcoin bereits als Tod erklärt wurde. Momentan ist dies bereits 449 Mal passiert und besteht aus Berichten von etablierten Medienunternehmen wie Forbes und CNBC, die über die Jahre veröffentlicht wurden. Gemein haben all diese Artikel, dass sie nichts anderes als FUDs sind. Nun stellt sich natürlich die Frage, was genau sind eigentlich FUDs? FUD ist eine Abkürzung und steht für Fear, Uncertainty and Doubt. Grob übersetzt bedeutet das Angst, Unsicherheit und Zweifel. In der Regel handelt es sich bei FUDs um stark überzogene Nachrichtenmeldungen oder Twitter-Veröffentlichungen, welche bei jedem Preiseinbruch gleich von einer Kryptoapokalypse predigen. Während zwar viele Anleger solche Berichterstattungen nur belächeln, scheinen dennoch viele Akteure des Kryptomarkts von jenen Nachrichten beeinflusst zu werden. Ob es sich hierbei um organische Meldungen oder gezielte Psychotricks handelt, ist nicht immer eindeutig. Fakt ist, dass solche Reaktionen panischer Anleger teilweise gravierende Konsequenzen haben können. Grund hierfür ist sicherlich auch der Grad, zu welchem man nun selbst aktiv in den Kryptomarkt investiert ist. Grundsätzlich gilt natürlich wie immer. Ruhe bewahren Auch wenn man gerade zu einem zu hohen Preis Kryptowährungen erstanden hat oder sich sonst einen Fehler erlaubt hat, sollte man niemals in Panik verfallen. Des Weiteren sollte man stets auf seine eigenen Instinkte hören und sich niemals von willkürlich gewählten Nachrichtenartikeln zur Handelsbewegung verleiten lassen. Nichts kann eigens angestellte Recherche ersetzen. Nachdem wir euch nun erklärt haben, worum es sich bei FUDs handelt, zeigen wir euch direkt ein paar Kryptomythen, welche durch das Internet geistern. Auch wenn selbst Kryptowährungen Mängel aufweisen und auch nicht frei von Kritik sind, handelt es sich bei den meisten schockierenden Schlagzeilen über Kryptos dennoch um kompletten Unfug. Die erste Behauptung, die auch im Internet sehr präsent ist, besagt, dass Kryptowährungen und dezentrale Netzwerke lediglich eine Blase sind und schon bald platzen werden. Einige der einflussreichsten Personen, die diesen Mythos ins Leben gerufen haben, sind Warren Buffett und Bill Gates. Die beiden Milliardäre sind der Meinung, dass Kryptowährungen keinen wirklichen Nutzen haben und es sich nur um Narrengold handelt. Weiters sind sie davon überzeugt, dass der Zusammenbruch des digitalen Geldmarktes unmittelbar bevorsteht, ebenfalls aufgrund des Fehlen echter Produkte oder Funktionalität. Bei dieser Aussage handelt es sich schlicht um eine Lüge. Kryptowährungen gibt es nun schon seit über einem Jahrzehnt. Auch wenn nicht alle Projekte im Kryptobereich erfolgreich sind, ist es falsch, sie als Blase zu verallgemeinern, die mit Sicherheit in der Zukunft platzen wird. Digitale Vermögenswerte haben eine Revolution auf der Welt ausgelöst sowie eine neue Generation an digitalem Bewusstsein hervorgebracht. Beweise für eindeutige Kryptoadaption sind verschiedenste Projekte digitaler Zentralbankgelder wie auch der Nutzen von Bitcoin als nationale Währung. Der Kryptomarkt verfügt über eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar und besteht aus zahlreichen Projekten mit einer breiten Palette an Produktion und Anwendungsbereichen. Zu behaupten, es handele sich hierbei nur um eine rein spekulative Blase, ist weit von der Realität entfernt. In Bezug auf die Kommentare bekannter Geschäftsleute ist oftmals anzunehmen, dass es sich hierbei eher um Interessenskonflikte als Ignoranz handelt, wobei man es selbstverständlich niemals mit Sicherheit wissen kann. Eine zweite Behauptung, die jedoch auch nichts weiteres als eine FUD ist, besagt, dass Kryptowährungen keinen wirklichen Wert besitzen und deswegen jederzeit kollabieren können. Während es zwar stimmt, dass die meisten Kryptowährungen nicht durch physische Vermögenswerte gedeckt sind, stimmt auch, dass die meisten Fiat-Währungen ebenfalls nur funktionieren, weil Menschen an sie glauben. Obwohl beispielsweise der Dollar früher mit Gold besichert wurde, gehört diese Praxis nun auch schon länger der Vergangenheit an. Heutzutage können Zentralbanken beinahe frei darüber bestimmen, welche Geldmengen gedruckt werden, was wiederum zu enormen Herausforderungen und wirtschaftlichen Problemen führen kann. Kryptowährungen haben gegenüber Fiat-Währungen die Oberhand, da sie ständig an Wert gewinnen, während klassische Fiat-Währungen viel mehr an Wert verlieren. Bei vielen Kryptowährungen, darunter auch Bitcoin, ist das Angebot zudem auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Dieses Angebot stellt sicher, dass der Coin oder Token im Gegensatz zu Fiat-Währungen vor Inflation durch übermäßiges Drucken geschützt ist. Des Weiteren haben manche Kryptoprojekte einen Verbrennmechanismus, der gewisse Token, beispielsweise einen Anteil von Gebühren, permanent aus dem Umlauf nimmt und somit deflationär auf den Preis wirkt. Bitcoin hat seine lange Reise vor nun schon 13 Jahren gestartet. Aktuell noch immer von einer temporären Blase zu sprechen, ist einfach nichts anderes als eine klassische FUD. Krypto-Fehlglaube Nummer 3 besagt, dass Kryptowährungen insbesondere von Kriminellen genutzt werden und somit organisierte Kriminalität unterstützen. Auch hier sollte eindeutig klar werden, dass es sich um kompletten Unfug handelt. Obwohl Bitcoin aufgrund der enormen Menge an Nutzern in Einzelfällen natürlich auch für illegale Geschäfte genutzt wird, ist es einfach falsch, diese Tatsache zu verallgemeinern und auf alle Nutzer anzuwenden. Des Weiteren stellt sich erneut die Frage, inwiefern tut Bitcoin oder andere Kryptowährungen etwas Besonderes Neues, das traditionelle Fiat-Währungen nicht schon seit Jahrzehnten tun? Dass auch Fiat-Währungen für kriminelle Aktivitäten genutzt werden, ist kein Geheimnis. Das wirkliche Thema der Kriminalitätsdiskussion sollte also gewissenhafte Regulierung sein, statt einer aufstrebenden Industrie direkt den Riegel vorzuschieben. Und das für ein paar äußerst schwache Argumente. Eine Behauptung, welche schon fast an Science Fiction erinnert, ist jene eines Universitätsprofessors der University of Sussex. Jener Professor, Mark Webber, ist nämlich überzeugt davon, dass Kryptowährungen mit dem Aufkommen nutzbarer Quantencomputer ihre Bedeutung verlieren werden. Aufgrund der deutlich gesteigerten Leistungsfähigkeit solcher futuristischer Computer sollen Blockchains einfach angreifbar für Hacker werden, was selbstverständlich eine Konsequenz hat. Bitcoin ist tot. Während es zwar stimmen mag, dass enorme Rechenleistungen die Sicherheit von Blockchains infrage stellen könnte, existiert ein Computer, welcher dazu in der Lage wäre, aktuell noch nicht. Zusätzlich muss man an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es immer eine Frage der Anreize ist. Warum sollte man einen Quantencomputer für hunderte Millionen Dollar entwickeln, nur um damit Bitcoin anzugreifen? Neben vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten wäre es wirtschaftlich sogar lukrativer, damit einfach Bitcoin zu meinen, also das Netzwerk, noch sicherer zu machen, als zu versuchen, dieses zu hacken. Des Weiteren wachsen Projekte und Netzwerke auch mit ihren technischen Möglichkeiten, was dazu führen wird, dass sich auch die Kryptoindustrie mit steigender Leistungsfähigkeit von Computern anpassen wird. Unser fünftes Beispiel einer klassischen FUD ist das Statement, dass Kryptowährungen nichts anderes als Glücksspiel sind. Als Grund für diese Behauptung wird häufig die Tatsache genannt, dass eine Investition in Kryptowährungen auch rasch zu einem Totalverlust führen kann. Obwohl diese Aussage zwar zum Teil stimmt, unterscheiden sich bedachte Investitionen in Kryptowährungen ganz klar von Glücksspielen. Wer blind ohne eine Ahnung zu haben investiert, kann auch ins Casino gehen. Das gilt aber für jede Anlageklasse. Egal ob Aktien, Immobilien, Krypto oder Rohstoffe. Anleger, die blind investieren, verlieren in der Regel Geld. Der große Unterschied zum Casinobesuch ist aber, dass der Ausgang einer Investition eben nicht nur vom Glück abhängt. Als Anleger können wir Projekte fundamental analysieren und eben je nach persönlichem Risikoprofil in riskantere Projekte, aber auch sichere Projekte investieren. Und das hat dann mit Glücksspiel gar nichts zu tun. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es sich hierbei um eine FUD handelt, ist das Fehlen wirklicher Quellen oder Argumente. Kryptos sind ja nichts anderes als Glücksspiel. Das ist ebenfalls absoluter Schwachsinn, genauso wie die Aussage, Bitcoin ist tot. Der Kryptomarkt ist seit seinem Bestehen um ein Vielfaches gewachsen und kann mittlerweile zahlreiche Teilbereiche vorweisen, die zunehmend unabhängiger voneinander werden. Kryptowährungen sind zu einer Multi-Billionen-US-Dollar-Industrie herangewachsen, welche deutlich komplexer ist, um sie als Gambling abzustellen. Okay, und wie erkennt man nun eine FUD? Da der Kryptomarkt unter anderem auch für seine starke Volatilität bekannt ist, stellt sich eine Unterscheidung von Realität und FUD nicht immer leicht dar. Es gibt jedoch Merkmale, an denen ihr euch orientieren könnt, um auf keinen Fall Opfer einer solchen Panikmache zu werden. Nummer 1. Als erstes sprechen FUD-Artikel häufig vom totalen Kollaps beziehungsweise Zusammenbruch des Marktes. Solche Ankündigungen sind in den meisten Fällen nur geschrieben, um Aufmerksamkeit für das jeweilige Nachrichtenunternehmen zu schaffen und sollten keinesfalls zu Herz genommen werden. Nummer 2. FUD-Artikel konzentrieren sich des Weiteren oft nur auf die negativen Aspekte einer Geschichte und blenden andere Teile komplett aus. Auch wenn ein Artikel oder eine Meldung zu einseitig erscheint, sollten sofort die Alarmglocken losgehen. Und Nummer 3. Das Fehlen von Fakten und Quellen sind ebenfalls eindeutige Zeichen, dass es sich womöglich nur um eine FUD handelt. Da es nicht immer leicht ist, eine erfundene Geschichte zu beweisen, fehlen bei eindeutigen FUD-Artikeln häufig Fakten und Beweise. Achtet deshalb bitte immer darauf, auf welche Quellen sich Autoren berufen. Viele haben uns gefragt, worum es bei unserem Workshop die Millionärsstrategie geht. Es geht um die fundamentale Analyse von Kryptowährungen. Du lernst darin, wie du selbst Kryptowährungen bewertest mit dem einmaligen Vier-Quadranten-Modell. So kannst du in Zukunft selbst entscheiden, ob eine neue Kryptowährung riesiges Potenzial hat und du darin einsteigen sollst oder ob es besser ist, die Finger davon zu lassen. Mit diesem Workshop bekommst du ein Tool, mit dem auch Kryptomillionäre arbeiten. Wir haben jetzt exklusiv eine 30%-Aktion auf die letzten zwei Plätze. Steig jetzt ein und werde dein eigener Profi, damit du vor allen anderen in die richtigen Kryptowährungen investierst. Sichere dir deinen Platz mit dem Link unten oder direkt auf www.täglichbitcoincrypto.com Worauf wartest du? Um nun ein professioneller und seriöser Anleger zu werden, sollte man sich stets das Prinzip von FUDs im Kopf behalten. Viele Nachrichtenmeldungen und Veröffentlichungen haben hierbei nur den Zweck, Klicks und Aufmerksamkeit zu erzeugen und sollten einen auf keinen Fall in seinen Entscheidungen beeinflussen. Während wir selbstverständlich gerade auch wirklich mit ernstzunehmenden Herausforderungen konfrontiert sind und viele Experten vor einer Wirtschaftskrise waren, muss man sich als Anleger stets auf die Fakten und Tatsachen konzentrieren. Wie bereits erwähnt, ersetzt einfach nichts eigene Recherche. Kontrolliert Berichterstattungen lieber immer doppelt und basiert eure Entscheidungen stets auf handfesten Fakten. Beherrscht ihr erstmal die richtige Anlegerdenkweise sowie etwas Fachwissen, steht euch eigentlich nichts mehr im Weg, um nachhaltige Gewinne auf dem Kryptomarkt erzielen zu können. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest! In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto haben wir euch erklärt, was FUDs sind und wie sie den Kryptomarkt beeinflussen und wie man sich als Anleger hierbei verhalten sollte. Grundsätzlich sind FUDs Ängste, Unsicherheiten und Zweifel von Marktakteuren, welche in Krisenmomenten häufig überreagieren. Solche Überreaktionen können sich teilweise stark auf die Entwicklung des Marktes auswirken. Wir haben euch heute mehrere Beispiele solcher FUDs gezeigt und erklärt, wie man am besten Realität von Fiktion unterscheiden kann. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns gerne einen Kommentar.